Im Alten Rathaus in Hoyerswerda ist im Rahmen des 750-jährigen Stadtjubiläums die Ausstellung Sehens- und Liebenswertes Hoyerswerda im Lichthof zu sehen. Die 48 Bildtafeln des Kulturbundes zeigen besondere künstlerische Objekte der Alt- und Neustadt sowie Künstler, die in der Stadt gewirkt haben. Bis zum 28. September können sich Interessierte die Ausstellung während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung ansehen. Der Eintritt ist frei.